ähm warte mal also wie heißt jetzt noch mal von euch der mir die ms munition gegeben hat crazy dwarf 1978 eigentlich auch wie im ts nur ohne das klein tag also der martin genau martin oder crazy oder schoko höre ich auf alles ich sehe nix was ist wer ist weg hast du als babeson hast du als bild so do it look like do it look like a care ja genau das ich habe eine freundesanfrage gesendet und da ist jetzt noch mal die dame ja hauptisch d dynamit mit unterstrich da steht im ts auch da steht ihr auch im ps d dynamit unterstrich und nochmal dann dynamit soll ich dir buchstabieren d y ja genau ja n ja a hast du ja das hat er endlich an ja das fällt uns auf ah ich werde für zwei unsichtbaren zombies verfolgen ich finde es jetzt recht interessant ok 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 warte wir machen das jetzt anders warte 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 schau mal hast du hast du hast du ähm hast du so a und t am anfang und dann d dynamit ja genau und dann so ein bild mit so einer frau ja das ist cool fave also im gel sind sie schon mal nicht bin ich jetzt alleine auf dem berg ich bin am fuß vom berg auf der anderen seite achso hast du meine freundesanfrage schon beantwortet sksmann ja sksmann ich glaube der name bleibt da ist wohl für uns ich bin der öse mit seiner öse waffe ist der öse ksmann was ähm warum hab ich was ist das ruhig bleiben elite ruhig bleiben ich hab aber keine offenen freunde da bibliothek freunde die da sie spielen happy fragger ach ja hier jetzt richtig limit zwar ein bisschen nicht ja 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 weil meinst stream die ganze zeit abkackt wer ist noch auf dem sniper hill von euch ich wo bist du ähm bei dem ein stein von den vielen steinen bei dem stein wo wir eben waren ah ja ja da hast du ne ak 101 ja das ist nicht dein ernst brauchst du noch munition ähm muni habe ich eigentlich magazine wären schön ok ich komm gleich wieder ich hab eben eins im walf geschmissen damit es niemand anders kriegt hätt ich h h h holzig guckste doch noch zu also hat jetzt noch irgendwer ein schuss gehört oder ein das ist kein schuss mit äh so patrick patrick wo bist du ich bin immer noch in meinem busch drin ja also ich bin jetzt wieder am fluss ne der büschmensch kann ich eure echten namen nochmal kriegen ja ja lächst du gerade an dem fluss lang ja ja ich bin am fluss habe ich doch gerade gesagt ja ja Elias schau mal hinter äh schau mal nach rechts siehst du mich warte jetzt jetzt nach links ja siehst du mich hier an dem busch nach Kueh nach Kueh ja mach ich ein bisschen weiter links von dir laufe ich auf dich zu nein du nach links ja siehst du mich jetzt doll achso ja ok ähm kann ich nochmal deinen echten namen ahn dynamit jasmin jasmin ok sks man Martin sks man Martin Martin und jetzt hab ich den namen schon wieder vergessen Martin und jasmin das ist zu viel für ihn für heute ja macht das morgen jemand auch normal so ich mach den namen jetzt nochmal mhm ähm der name war jasmin und martin ne ja hammer geil ja 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 kannst du jasmin jasmin jetzt hab ich den sks namen wieder vergessen jasmin 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 schuss auf mich auf mich jaja ich hab den jasmin ich hab ihn gehört was ist denn los schoko das war ganz nah an mir alt ja der war der war nah das war auch nah weggeschossen das war patrick der Aszi bestimmt nein ich war's wirklich nicht das heißt der kommt hinter mir hey wo bist du komm hier her aus welcher Richtung wird jetzt hier beschossen hoppla schalte ich pack ich pack ich pack hier liegt das Magazin und der Schuss der kommt von hinterher das Magazin hier also von irgendeiner Till 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 äh Vibor hier ist das Magazin der Zähne ja 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 Vibor der Kompass grad sein bitte äh beste gesagt Lapatino ist hinter mir